Willkommen zu einer brandneuen Folge von The Crew. Wir haben uns hier gerade den Vegas Mars Rallye Tuning geholt. Damit werden wir jetzt gleich mal die ersten Rallye Rennen fahren. Ich kann mal vorab schon sagen, dass das nicht unbedingt meine Rennen sind. Doch was genau da passiert, seht ihr jetzt. So, wir haben uns gerade, was war das? Rallye Tuning? Rallye Tuning geholt. Das glaubt doch nicht, dass hier war mal ein Muster. Deine sieht echt eigentlich aus wie immer, nur höher. Ja. Ja, der sieht halt aus wie die Geländerausführung, auch mit der Schnorchel an der Seite und so. Ja, bei mir hinten, das sieht voll komisch aus. Ja. Mit dem Reifen, ja. Was passiert denn, wenn man da mit dem Bus fährt? Lix. Ja, ich hab da jetzt hier Rallye, nehmen wir jetzt hier abkürzer. Komm, man kann doch bestimmt auch hier links. Bisse. Alter, wie ab die Viper geht. Miau. Oh, kaputt. Egal, ich fahr jetzt auch mal mit dem Rallye Digno. Voll der Gauner hier mit der Viper. Schwedert an. Die gab's umsonst, ohne zu cheaten. Was ja wohl nicht anhaben. Aber Bonus für Suchten ist doch auch geil. Für andere Spiele Suchten. Ja, gut, ich hab Assassin's Creed nicht gesuchtet, aber. Boah, bei Kurven fahren, ne, mit Viper, super Sache. Ja. Mit dem Rennhaus, mit der Rennausstattung, richtig super Sache. Die Rennausstattung war jetzt welche? Für Stufe 40. Das ist die letzte, die du kriegst von der L.A. Du, wie solltest du das Rallye Auto nehmen lassen? Na, wie sagt ihr, nehm ich fahr jetzt zwischen zwei Häusern. Ey, da ist ne neue Challenge, irgendwas mit nem Berg. Ja, das seh ich auch grade. Da bin ich jetzt gleich. Ach, da hinten fliegt er. Wie bist du da denn so schnell hingekommen? Auto? Ach, du warst hinter mir. Und was muss man da jetzt machen? Mach 800 Meter Olli? Weiß ich nicht, ich hab jetzt erstmal das zum Rallye Auto gewechselt, woher. Biete ich für cleverer. Klettertortest? Alter! Alter! Der Karre kackt grad ab. Ich komm doch nicht hoch. Fahre bergauf. Schönen Dank. Braumste? Silber hab ich. Hab ich jetzt auch nicht ganz verstanden, was ich jetzt machen musste. Den Berg hochfahren. Hey, minus neun. Alex, zieh dein Heldenkostüm an. Es wird Zeit, den neuen Wagen zu testen. In unserem Hinterhof ist gerade Luftfrachtnot gelandet. Das ist lustig. Das ist die Gelegenheit, den 510 Granden zu zeigen, dass das Vegas-Chapter jetzt wie ein Sattel sind. Boah, die Federung sieht krass aus, wenn du mal ein bisschen abhebst. Los, komm in die Gänge. Ich will damit nicht. Ich bin ja mehr so ein Schnellfahrer, aber das hier ist eigentlich eine richtig geile Abwechslung, damit es nicht öde wird. Jupp, genau das. Richtig geil. Ich fand die Rallydinger ja bis jetzt immer ganz cool. Ich hab auch hier das GameStar-Test-Video gesehen, wo die... Alter, wo geht denn das Navi hierher? Achso, ja, ich fahr einfach so ein 90 Grad-Wingel. Nee, ich hab das GameStar-Test-Video hier zugesehen und die haben auch herbe abkotzt über das, wo du was kaputt machen musst. Ich find die voll lustig. Wo du den anderen rabben musst? Ja. Das ist ja das, was ich gesagt hab, dass ihr alle da abkotzt und ich bin da sehr bewitzig. Ja, aber was schon... Das haben sie auch ja verstimmt, ist, dass übelst wirklich ist, wie viel du abziehst. Ja. Das ist echt ein bisschen kackt. Oh. Das hab ich ja auch gesagt. Gibst ihm eine volle Breitseite und ziehst fünf ab. Streichelst ihn und dann zehn. Ja, und die Bullen ist auch ein bisschen... Ja. Oh, oh, oh! Do a barrel roll! Ha, hau zu du, Böwe. So, erstes Rennen heute, nach einer Stunde. Ja. Mach mal anruhig. Ich war noch irgendwo ne Kampaden. Äh, alt F10, ne? F9. Lohnt sich jetzt, glaube ich. Hast du noch Platz auf der Platte? Ja, ich hab das wieder gelöscht. Das wird, glaube ich, jetzt richtig gar aus zwei Sichten. Ja. Erinnere mich mal vielleicht ab und zu dran, dass ich Mauser breche. Ja. Aber wir müssen ja Pakete hier... Dingsen. Ich glaube, ich flieg gerade raus. Ne, doch. Ich nehm rechts. Alles klar, dann fahr ich links erstmal über die Straße. Ich verstehe das. Wie hilft denn hier so viele Pakete hin? Ja. Letztes Mal war auch geil. Wir waren eigentlich voll schnell so. Ja. Und haben Bronze bekommen. Ja, wer weiß warum. Ja. Ich fahr dann jetzt hier gleich weg zu hoch. Oh, kuck. Also ich folge einfach der Spur hier. Ja, meine Spur geht jetzt auch ein bisschen nach rechts. Aber ich hab trotzdem noch die linken Kisten, die ich gerade sehe. Ich hab' ein paar verpasst. Aber egal. Na, jetzt treffen sich die beiden Spuren, das ist kacke. Ne, gehen wieder auseinander. Boah, das Ding, das driftet sich auch den Arsch ab, ne? Ja. Ich muss jetzt eigentlich mal gleich so ein großer Haufen kommen, uns wird das nix. Ne, nicht wirklich. Die sind auch bei mir grad übelst weit auseinander, irgendwie. Richtig kicke. Ich denke mal, wir haben noch zwei Minuten Zeit. Ich denke mal so auf einer Minute. So nur grob in dem Gebiet, wo es richtig abgeht. Ja, aber muss ja auch so viel sein, dass du es auch alleine schaffst. Ja. Oh, da kommen gleich auf deiner Spur, wo ich grad bin, denn dann hier kommen übelst viele. Das ist auch ein ultra großer Haufen, das ist gut. Alter, du bist schon 700 Meter vor mir. Krass. Ja, ich hatte, wie gesagt, meine war noch mega weit auseinander auf einmal. Ja, die Hälfte hast du, Alex. Mach weiter. Ah, hier. Den Haufen, den du meines Geburt hast. Okay, hier gerade, Alex. Fuck, wo muss ich lang? Hier sind einfach so viele, Neste. Ja. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, Alter. Scheiße. Hier rennt die Zeit davon, Alex. Hm, merk ich. Dann haben wir nochmal den Berg hier rum. Ja, wo war? Und hier ist noch ein Fira-Pack. Wenn du noch eins hast, ist alles safe. Nee. Wo bin ich hier? Ja, das ist ein Stück zu weit weg. Sonst hätte ich wirklich das schaffen. Ich bin hier richtig scheiße irgendwie. Ja, ich bin schon wieder in das gleiche Loch gefahren. Ach, nochmal. Ich war da richtig scheiße auf dem Berg irgendwie, Alter. Richtig dumm. Jetzt nicht mal anstrengen können. Mhm. Jetzt nicht mal anstrengen können. Mhm. Ich bin jetzt mal wieder links. Ich bin mal wieder links. Alles klar. Ich brauche auch wo Tempo da. Ich brauche auch wo Tempo da. Ich brauche der Spur so genauer. Ich wusste, du verstehst. Ich soll das Rally-Gerät ordentlich antreiben? Ich wusste, du verstehst das. Warum musst du hier mit der Bremse so vorsichtig sein, ne? Ja. Warum musst du hier mit der Bremse so vorsichtig sein, ne? Ja. Ist so. Ich arbeite ich mal ein bisschen mit dem Heat-Proffekt. Geht das richtig besser. Ich arbeite ich mal ein bisschen mit dem Heat-Proffekt. Boah, der hilft aber gar nicht mehr, ey. Ich bin meiner, der aufklatscht. Boah, der hilft aber gar nicht mehr, ey. Ich bin meiner, der aufklatscht und an den 80-Dichtungs-Springt. Hallo. Ja. Hola. Hallo. Bär hoch. Ne, links abbiegen. Chose, Bär hoch. Abbiegen. Ne, links abbiegen. Abbiegens. Nein, 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 nein. Da. Nein, 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 nein. Da. Ice-Beat. Was macht die Karre so spitze? Ice-Beat. Was macht die Karre so spitze? Wenn nicht, bei Swound habe ich hier einen roten Wille. Weil da so eine roten Wille war. Weil du die erste Kiste verpasst. Weil du die erste Kiste verpasst. Ich treff' gerade eigentlich auch ganz gut. Ne, bei mir waren am Ende 50 geile Packs, immer so vier Stück auf einmal auf. Ne, bei mir waren am Ende 50 geile Packs, immer so vier Stück auf einmal auf. Einmal kurz reinsliden, da war das gut. Und jetzt ist ein weiteres Stück zu überbrücken. Übrigens, über die Kisten springen reicht auch. Ja. Übrigens, über die Kisten springen reicht auch. Ja. Ja. War nicht ganz freiwillig, aber hab ich getestet. Hast du ja getestet? Ja. Zwar nicht ganz freiwillig, aber hab ich getestet. Ja. Aber ich bin jetzt wieder da, wo das Mäschte ist, sag ich mal. Ja. Aber ich bin jetzt wieder da, wo das Mäschte ist, sag ich mal. Ja. Und jetzt ist es, glaube ich, wieder einiges besser. Jetzt ist, glaube ich, wieder einiges besser. Hier hätte ich gerade hingehen, da muss ich jetzt noch ein ganzer Haufen. Ja, hier war ich ja gerade. Ich glaube, das müsste jetzt klappen. Ja, einfach mal noch 30 Sekunden über, wieder Bronzer, ne? Ja, einfach mal noch 30 Sekunden über, wieder Bronzer, ne? Geht. Ich hab erstmal Level Up. Bronzer. Ja, ja, Bronzer. Geil, ey. Ja. Minus 8, hey. Ist ja nicht mal, also, bin nicht mal kacke gefahren. Fett. Was jetzt? Es läuft. Wir erhalten bereits erste Gebote für die Ware und Frachtanforderungen kommen von der Ost- und Westküste. Das Autenschapter scheint wieder im Geschäft zu sein. Fett, nur lieber ein Werk am Ort. Ich habe Roxanne überprüft. Ihre Geschichte ergibt Sinn, sofern sie echt ist. Sie könnte nützlich sein. Sie kann inzwischen... Ich bin schon dabei. Was gefährliches macht, dreh ich euch den Saft ab. Aber erstmal halten wir uns an ihrem Plan. Ich brichte Offroad 510 Schmuggelrouten ein. Die bringen dich Coburn und Schiff näher. Prüft die Karte auf Mission. Oh Gott, schon weit weg. Fach 1, 2,8. Oh. Einen ist ganz unten auf der Map. Ach, in der Stadt jetzt? Ja, cool. Ich habe so eine Straße. Ach, ich scheiß auf Autowechsel. Bei einem Rennen machen wir eh eine Performance-Card. Oh. Aber ich muss das vorher wechseln. Ich habe da zwei oder drei von. Wenn ihr die falsche nimmt, habe ich voll den schlechten... Ich nenne es Gearscore. Er ist ein Eifelturm. Ja. Ultra Mega Drift. Na ja, Ultra war jetzt nicht. Und Eifelturm. Ich lade dich ein. Dorf Glatt. Mhm. Die Bisi beginnt. Ziehste mir ja weg da mit deiner Weidmann. Nein, die habe ich doch jetzt nicht. Ist das kein Performance? Nee, das ist Rennen. Ach so. Alex, die hiesigen Five Tents treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denkt dran, du bist jetzt ein V4. Ich weiß, was mein nächstes Auto wird. Was denn? Ich warte jetzt so lange, bis ich irgendwo ein GT kaufen kann. Da war gerade auch ein C63. Und eine Corvette. Bist du der Erste? Nee, ne? Nee. Ich bin hinter dir mit meinem, äh, ersten Martin. James Bond Auto. Ja. Schön über uns für Perlmann. Da 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 da. Da da da. Wie, wie? War noch was von Son Goku? Da 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 da. Ja, genau. Da 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 da. Warum kommt da eine Kurve? Fuck, scheiße. Ich dich, nein. Geil, doch noch mal neu. Nein, ernst. Noch mal neu machen, Alter. Nee, fahr. Ja, du. Warum bremst du einfach vor mir? Weil da eine Kurve war, wie du schon messerscharf bemerkt hattest. Ja, guckst du nach hinten? Ist Dom da? Oder guckst du... Hat man in der Fahrschule nicht beigebracht, dass man vor dem Bremsen nach hinten gucken soll? Nein. Vorm Spurwechsel vielleicht. Aber hat dir nicht beigebracht, dass man in der Fahrschule nicht 800 durch die Innenstadt fährt? Doch. Musste ich mal eine Prüfung machen. Fahr mit 800 durch die Innenstadt. Ja. Und drifte über den Wall. Ja. Sorry, du Hut. Ja, ja, ich komm schon. Tut mir echt leid. Ja, ja, fahr. Mach ich ja. Meinst du, ich bremse hier? Ich check das hier einfach mit dem restlichen Feld. Du klärst das wieder hinten, ne? Ja, ich erklär, da muss ich auf dich aufpassen. Wow, da habe ich für die Bodenhaftung verloren. Ich komm ganz schön nach Daria. Meine Schwester steckte tief in der 510-Szene hier. Verstanden. Ich komm ganz schön nach. Verpiss dich hinter mir. Ich sag nicht, du hast es verkackt. Das will ich jetzt so nicht sagen. Irgendwie ist die Zahl von 600 gerade auf 200 geschrumpft. Irgendwas sagt mir, das ist nicht ganz richtig. Ja, da zog einer so richtig asozial... Ich weiß nicht, ob ich die noch kriege. Oh, wir ballern aber in den Staudamm. Schieb deine Viper da weg! Boah, vom Ziel noch um Verholt. Eine Autolänge, ey. Sorry für den Crash vorhin. Ja, ist okay jetzt, Mensch. Ich konnte überhaupt nichts zu. Ich wollte das gar nicht. Ich sehe das nur... Was passiert? Siehst du nur, kommt vorne so ein... Fadenkreuz aus der Motorhaube. Schwede, wegfahren! Ey, Silber. Soll ich's zu Gold gemacht? Ne. Ey, plus null! Ein Levels noch. Ich auch 40, ja. Ja, man. Kann ja nicht aufpassen. Das Tattoo lügt nicht. Ich suche nach einer 510 aus der Gegend. Daria. Kennst du sie? Nein. Aber ich hör mich um. Die Videos werden immer besser. Hm. Oh, dann to the next ways. Als Spiel. Das ist nicht eine Sekunde, wo ich denke, boah, das macht keinen Bock mehr. Ja. Aber wenn wir noch ein letztes Mal den unten, was? Ja. Den neuwertig. Der ist sogar... Du musst in einem Rallye-Auto fahren. Also den oberen da unten? Da ist nämlich noch einer ganz unten. Ne, dann hab ich den oberen da unten. Okay. Aber du müsstest ja eh die Markierungen sehen, die ich gemacht habe, oder? Was, voll komisch jetzt nach dem Rallye-Rennen vorhin. Hm, hm, hm. Vorne ist ein Bulle. Ja, abkürzer. Irgendwann verfolgt der Bulle. Huch. Hui. Da war auf einmal eine Klippe. Komisch. Ist wegverfolgt. Fast, weil ich von der Klippe springe, oder wie? Ja, weil du dein Auto zu schrottst. Ich mache hier gerade einen Ideal-Linientest, direkt hinter dir. Oh, ja, den habe ich dann natürlich nicht gekriegt. Wäre ja mehr für sowas. Das schrottet dein Auto so schnell wie möglich. Das finde ich. Ja, da würde ich Welt-Rekord hier, Welt-Platz 1 und so. Ja. Bin mal gespannt, was... Da gibt es ja auch einen Seasons-Pass, mal gucken, was da noch kommt. Aber wenn das hier so weiter bleibt, dann würde ich mir ihn auch holen, denke ich. Ja. Das ist, wenn... Ach so, hä? Ja, ich wollte auf dich springen. Warte. Ich mache mal, wenn du den Weg kommst. Danke. Ja. Da soll ich eben warten, oder? Ja, fang mal kurz ein Stück, nicht vorher. Ja, warte, hier ist gerade Tore. Ja, dann machen wir Tore. Oh, da bin ich doch durch. Das ist echt... Das ist was, was mich echt mega nervt. Sollte reichen, wenn du einen Außenpfosten triffst. Bei allen Begrenzungen. Ich bin jetzt erst bei den Toren angekommen. Oh, Tore mit 300. Ne. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Kann's Gambo geben Hier ist 50, fahr schon 60 Ja gut, ok Achtung links Ich hab aus Versehen drüber gezogen Da war ein Eichhörn hier Ja, wär ich auch rausgebiegen Oh, da ist ein Fluchtrennen auf der Strecke Ich weiß mal, voll am Canyon lang ballern hier Alter, die Kacke beschleunigt bei 317 immer noch von selber Höhöhöhöhöh Wixaaaaa Fuck! Ich muss das trotzdem nochmal machen Ich auch Ich hab mich ein klein wenig gecrashed Ich werd verfolgt Ich bin der Korben So parken denn mitten auf der Straße hier 2 Bullen Ey, was zum... Wieder ein Kickflip gemacht Jetzt kann ich das nochmal machen Ey, das gibt es nicht Kannst ja auch so geil an der Wand lang fahren Ich drifte immer ab zur Wand Und dann... Wallride? Ja, so ne... Die Goldmedaille fährt er auch ganz schön behindert, ne? Mhm Vorhin war ich so weit vor der Goldmedaille, dass es schon unfair war Aber... Übrigens diese Rennwagen, die fahren rückwärts Jetzt fahren die nur 50, was soll das denn bitte? Jetzt reicht's Scheiß auf, ich lass einfach Silber C- Ich mach das jetzt nur noch einmal und dann... Aufgeschüssen Das Paket von einem 510 Granden Muss den Gewahrsam seit dem Kopf in dieser Gegend ernst machen Komm zu diesem Ort hier So, wenn ich schon mit 250 da ankomme, dann sollte das eigentlich nicht so schwer sein, oder? Ja, die erste, wo du dann nach links musst, wo dann rechts die Wand ist Ja Das ist ja so ein Problem, ey Ach... Wenn Leute sich das teilweise angucken, wie... Wie ich hier fahre, ne? Ey, das gibt es nicht Ich hab ein Auto, was für die Klasse eigentlich overpowered ist, ne? Aber... Oh... Ohne, dass ich mich kaputt fahre, geht's nicht anders Musst du... Wie heißt das? Achja... Bremsen Ja, ne... Ich brems ja Also ab und an Ich bin aufgeschissen Ich fahr jetzt einfach Ich hab Silber und es gab Minus Also, ey Da... 500 noch Komm ich da Am Anruf Oh, ne Abkürzung Ja, die hab ich auch genommen Wir sind im Grand Canyon Warte, ich nehm sofort an Warte, ich nehm sofort an Ich kam grad vor oben den Berg runter Gib mal Ja, Mama Du hörst den ganzen Container Wie es gelagert war? Etwas, das nicht gefunden werden soll Wir machen das wie bei Faces in den Führers. Links und rechts ein Seil dran. Ist doch ganz einfach. Übelst unnach Faces im Container mitten in der Wüste. Würde ich auch nicht nachgucken. Hohes Tempo. Auto fährt 120 bergauf. Ja. Sorry. Was schneidest du in die Kurve so krass? Ähm, ich spiele ein Rennspiel. Ja, aber du bist voll auf... Ich war doch rechts. Du bist voll rübergezogen. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit? Fährst du ja etwas schnell? Hm. Oh, Oli. Naja, so einen halben. Cool, wenn man keinen Checkpoint mehr hat. Hier ist der Wagen. Der Wagen geschleckt sich ganz wacker. Das Terrain hier ist ziemlich rau. Raues Terrain und keine Cops. Halte das Tempo, Alex. Ja und Ahm. Leute, guck mal, wo wir lang fahren, ey. Wenn der Checkpoint weg ist, ist das zu frei Wahl. Oh, so langweil. Durchsgeblich? Leute, da fliegen sogar Blätter rum. Hm. Hui. Wie witzig. Aber es ist gar nicht so schwer hier auf der Straße zu bleiben. Weil es keine gibt, sagst du. Ja. Ich komm jetzt von rechts. Warum? Nur um nicht zu wagen. Ich benutze schon wieder kein Nitro hier. Das war knapp. Da sind irgendwo waren noch Steine, genau. Da ist ein Stein und ich... Puh. Ich hab grad voll den Offroad, also immer mit Abhebens. Toll, eine meiner Tür schließt nicht mehr. Super, ich muss anhalten. Die andere auch nicht. Ich zieht im Auto. Vielleicht kannst du dich abheben. Endgut. Auftrieb und so. Ja. Gleich so bergab und dann verlierst du auf einmal Bodenhaftung. Da ist ein Stein. Hahahaha. Scheiße. Hui. Warum dachte ich eigentlich, weil ich selber nicht besser fahre. Das sah aber gut aus. Sagst du? Ja. Hast auf einmal Abkürzung nach links genommen. Ja, dann hab ich noch Barrelroll und dann war vorbei. Du Barrelroll. Ja. Du wirst kein Fahrer. Also, was hältst du von der Offroad-Schwurbelnheit? Mit den richtigen Daten ist das keine allzu harte los. Weißt du, was eine Regressionsanalyse ist? Ich habe kein Ship. Klar. Ich hab dran gedacht, weil ich clever bin, Alex. Sehr, sehr clever. Ich hab Wheelie gemacht. Korrekt. Ich wette, du kannst kein Wheelie. Ich kann aber Mords-Oli. Also, so Rennen haben die... So Rennen haben die ja extra nur für Leute wie uns gemacht, ne? Die auf der Straße nicht ordentlich fahren. Ja, wahrscheinlich. Weil hier genug Platz ist. Ah! Ah! Hast du gesehen, wie groß der Checkpoint alleine ist? Ja. Da kannst du nicht vorbeifahren. Ah, mit Recht! Ja. Eh? Wir haben das extra für uns gemacht, damit wir ausnahmsweise mal nichts kaputt machen können. Ah! Ah! Ich fahr hier nur Schei... Warum bist du schon 200 Meter weg? Weiß ich nicht. Oh, 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 oh! Fährst du quer, siehst du mehr. Ja, ist so. Ja, genau so sah es aus, wo ich ins Ziel gekommen bin. Sah nicht irgendwie anders aus. Ja. Reifen oben und so. Nee, oder? Du bist rausgeflogen und ich bin Stufe 40. Geht das schon mit? Das hätten sie mal patchen sollen. Weißt du, wo das passiert ist? Wo ich das erste Mal heute gewonnen habe. Immer wenn ich gewinne. Ja. Wie schwer du Cid ist. Das ist aber ne Tatsache. Das war ne gute Zeit. Wir haben gutes Geld damit gemacht. Der Plan funktioniert, Alex. Wasi, ole! Warte, ich krieg hier... ...noch ne Reihe an Videos. Los Angeles hat seine Türen für dich geöffnet. Rennwagen sind das Nonplusultra in Sachen Tempo und Präzision. Sie sind für die Rennstrecke gebaut und erfordern höchstes Können und Kaltblütigkeit. Rennwagen sind ziemlich empfindlich, aber unglaublich schnell. Rennwagen? Du warst schon in L.A.? Mhm. Wann? Bei dem Rennen. Bei dem 2-Stunden-Rennen. Warte mal, hier ist ein Autoteil. Baut dich meist zu mir. Wo auch immer zur Hölle das hier ist. Hier sind nur Berge links und rechts. Ja, wie komm ich denn da links auf den Berg? Ich fahr in Grand Canyon, ich kann da nicht hoch. Ne, da ist Wand, Alter. Der Fuchs. Scheiß drauf, statt einfach das Rennen, man kommt hier nicht hoch. No, no. Ich muss irgendwie oben auf den Canyon. Und ich steh unten drin. Ja, cool. Also mal, vielleicht in deine Richtung. Ich hab grad nach links geguckt, da war auch nichts zu machen. Warte, ich fahr mir noch ein Stück. Ich lege den Fuchs zurück. Äh. Hier ist... Was los? Puppe! Du hast das falsche gestartet Ja, aber mir war auch kein Haken dran Achso, jetzt sind die ganzen Haken beide weg, ne? Warte, ich guck mal, wie das heißt Ne, kann ich nicht Das war irgendwo recht weit unten Neuwertig vielleicht Ne, warte, das hieß Doch, neuwertig hieß das Habe ich Bock, morgen zur Arbeit zu gehen Dazu sage ich nix Ah, ich mache nur sechs Stunden morgen Das ist, bis wann? Halb zwei Gehe ich direkt am Anschluss zum Training Und dann habe ich eigentlich Urlaub Muss ich Montag noch einmal kurz da Da versuche ich hier mal Innenkur zu fahren Oh fuck! Ne, ungefähr so geht mir das immer Ja, wir bräuchten echt noch zwei Das wäre voll lustig Ja, das wäre mega witzig Wenn zwei schon Kacke bauen, wie sieht das dann bei vier Leuten aus? Wir fahren uns ja schon voll auf den Weg Das ist, glaube ich, der absolute Chaos Ja, das ist doch lustig Ja, richtig Ja, richtig Das ist doch fast 100 Punkte mehr als du Oh, das erklärt aber auch einiges Ja Fahr mal Kacke Ja, mache ich alles klar Aber so enorm viel bringt das auch nicht Ein Fail und dann bist du weg Ah, bergrunter Hier muss ich mehr links Mehr links? Ja Ja Ach so Ah, das ist doch Ah, wer rechts? Links Links, links, habe ich gesagt Ich besette mich mal Ich habe nur gesagt Ich habe mich nicht überschlagen, aber ich stand irgendwie voll weit nach rechts so Sagst du ein bisschen quer? Ja Habe ich auch mehr gesehen Ja, richtig Was hältst du von der Offroad-Schmuggel? Mit den richtigen Daten ist das keine allzu harte Lust Weißt du, was eine Regressionsanalyse ist? Ich habe keinen Schimpf Klar Ich habe dran gedacht, weil ich clever bin, Alex Was ist denn jetzt eine Regressionsanalyse? Ich weiß, ehrlich gesagt auch nicht Aber noch nie gehört Ich auch nicht Ich habe schon wieder Wheelie gemacht Ich fahre hier scheiße, Junge Du hast schon 600 weg, ey 700 Also ich versuche eigentlich fast nicht zu lenken Nur wenn dann ein bisschen zu korrigieren Oh, weiß doch nicht Aber wenn ich hier irgendwie springe, dann zieht meine Karre so krank zur Seite Ja, wie das kommt, weiß ich auch nicht Du bist ein Kilometer weg, Junge Ja, mir liegen die Geländerinnen eigentlich ganz gut Auch am Anfang die schon Links! Links, du Karre! Wer rechts? Oh, fuck, 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 fuck Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Weiß ich nicht Wenn das Rennen bevor die Zeit abläuft Was, wenn ich das nicht schaffe? Ich habe keinen Plan Oh, du müsstest mir zugucken, wenn, ey Das wird knapp! Gib dir! Kickflip! Das wird knapp! Das wird knapp! Das wird knapp! Puh! So, jetzt aber Hast du EP bekommen? Ja, du bist 42 Ja, jetzt bin ich safe Ja, aber wenn ich dich zweimal hintereinander rauskicke Wird das auch fallen Muss man wieder, äh Den Wendem neu mischen Also nicht jetzt, oder? Hallo, hallo! Ja, alles klar Ja, die Lautstärke abmischen Meinen die Fresh Dumbledore Spiro Eingang Auf andere Spieler warten Steht hier noch Drei Sekunden Ja, aber ich bin jetzt drin So, man, geht einfach automatisch zu Zu frei gefahren Okay, ich werfe die Ladung jetzt ab Du glaubst nicht, was der Kurier fährt Ein Boot Das war eine gute Zeit Wir haben gutes Geld damit gemacht Gerade funktioniert Ehm Bom 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 Malo Ahem, au, hier gibt's auch noch Tiefe Ja, hab ich vorhin auch gesagt Ach, klasse Ja, okay Also konnole mal ein Stück da in die Richtung Ich will das eigentlich mitnehmen wenn man schon mal hier ist immer man da hoch kommt ah hier ist der Krenner auf jeden Fall zu Ende und jetzt links hoch irgendwie so ist jetzt übrigens der Bunker Magmann ja ja kein Stress wo kommt man denn da hoch also ich fahr einmal komplett um den Canyon quasi um den Stein da wo kommt man denn da hin ah es piept ja ich glaube ich fahr richtig gerade ich fahr dir gerade hinterher das sieht gut aus ja hier ist er das Buggy da haben wir schon ganze zwei Teile davon ne drei glaube ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet da ist er ein Buggy da ist er drei hey da unten ist ein Meteoritenkrater rechts von dem Rennen auf der Map okay da steht ein Meteoritenkrater that's cool wieso habe ich keine Markierung naja kommt ein Dude ich weiß nicht ich habe eine blaue die ich mir selber gemacht habe hey ich habe doch gerade eine gemacht hey jetzt hey jetzt habe ich auch wieder die braune man muss ganz schnell auf die Straße das ist übrigens ein Geländerennen also keine Rallye sondern hier diese erste Geländeausführung ja da ist im Straße mhm sag ich erst mal die Rennkarre wieder auspacken ich brauche auch das Rennending aber ich war noch nicht in der L.A. ja ich würde sagen ich muss jetzt in die andere Richtung ja sag da immer ähm ich würde sagen ich springe nach L.A. oh fuck ja ich muss jetzt in die andere Richtung als du ja ich eigentlich auch aber folgenden lassen habe ich hier lang okay ähm mir ist gerade mal aufgefallen wenn du bremst folgen die Bremsscheiben an zu blühen echt mhm also gerade zumindest als ich mit der Viper von die Eisen gehackt bin ne bei mir nicht die Bremsscheibe geglüht ich bin mir ziemlich sicher dass das in diese Richtung hier ist das sah geil aus fuhr auf einmal so ein rotes Auto links den Berg hoch komisch ja also bei mir ist das so bleib mal da stehen dann versuch ich gleich mal direkt neben dir anzuhalten oder machst du da gerade Zielen ja scheiß auch Zielen ich hoffe ich passe das ab mit dem Timing bei mir ist das nicht doch hat man aber ja bei diesem vielleicht wegen dem Rennen Auto das kann sein kopf an Kopf rennen mit dem goldenen obwohl ich gebremst habe Spotlight hat sie hä warte mal hä äh echt richtig müssen da vorne gleich rechts er kommt ein lambo hinter dir und keine chance der spencer 54941 alter der kommt schweiße schnell näher er zieht auch nicht durch aber er zieht mir nicht weg okay sind noch kurven aber vergraden macht er mich jetzt ein bisschen fertig hier müssen wir rechts ja da vorne irgendwo so eine kleine straße nur ja da kann ich mit meinem auto nicht mehr so viel machen warum ist es ein spezialweg ja aber dahinter kommt aber wieder straße also meiner fährt hier noch ganz ganz okay also ist nicht lang geht da vorne schon wieder raus 180 im dritten kann man hier fahren lichthupe hey affe da vorne ja ihr licht ist aus ihr rücklicht ist kaputt bremst mal dein rücklicht kaputt zeig ich dir dann war das nicht bei 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 walking tall letzte verwartung wegen dem rücklicht was da mit bamm 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 so eine szene kenne ich aber irgendwo ja auch eine straße nein das war was zum was bei mir gar nicht auf der straße ja ich bin da gespawnd bohren wegen wegen fahrzeugwechsel achso da ist irgendwo ein bulle vorsicht den treff ich mit 300 durch den schotter oder lehm oder was auch immer das hier ist 320 ohne nitro und da kommt der kurve cool ich fahr einfach geradeaus hast du einfach abgekürzt ja das dumm ist ich bin immer noch nicht wieder auf der straße also von a nach b sind diese rennenautos glaube ich nicht so cool du siehst auch richtig viel wenn die von innen ansicht wenn die haube eingedutscht ist ja du hast nur einen ganz kleinen schmalen streifen und da hängt die haube vor die straße ist aber auch scheiße hoffentlich ist jetzt nicht 25 kilometer hier so eine scheiße ja ja es ist normale straße ich fährst gerade links an mir vorbei aber ich muss noch in die andere richtung soll ich warten oder willst du dich zu mir porten nö nö fahr mal sehe ich aber gar nicht was du für eine kacke machst mein plan ist ja jetzt aufzuholen da kommt slalom mit 300 das ist ein guter plan ja gönn dir das ist ein guter plan ich bremse mal ein bisschen alter also die karte hat ja eine mordsgeschwindigkeit ne aber die ist so empfindlich der war kacke ich versuche den mal ganz knapp zu nehmen das klappt aber nicht und da ist der slalom jetzt der war wieder drin aber nicht mit 3,20 nicht ne ich habe silber bringt das denn oh das bringt schon plus 16 silber ja korrekt und dann fahre ich doch nochmal hoffentlich bist du schon ja du bist im slalom gut ja ich bin schon ein bisschen weiter weg krass das auto hat gleich schon 700 nein ich habe ein tor nicht gekriegt kurz vor gold kurz vor gold komm 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 die trau hab ich ein tor vor gold teilst du bist zu niedrig für diese ausstattung zur hölle doll jetzt ganz gebrummt gold ja auch nochmal das war so knapp nochmal plus 7 plus 23 hat das einfach mal gebracht ich glaube es wäre cleverer wenn ich hier mit meinem auto fahre also mit dem ich weiß nicht wie die kurvenlage von dem von der viper ist mega gut nein ich meine weil ich kann die ganzen teile hier nicht einbauen ey du kannst auf pfeil nach oben übrigens die karte groß machen ja ich weiß aber ich finde das kacke warum kann man kein lead weitermachen ingame wusste ich auch nicht jetzt war gold aber auch gebrummt Achtung alle einheiten ihr ziel ist nicht mehr das meister ah du wirst bei mir von den bullen verfolgt ja bei mir auch voll wohl verfolgt mich doch mit 340 Oh Du bist beim Erb gehoben Scheiße Welcher Ding hat der Bulle mich eingeholt Fuck Zwei Bullen Ey die fahren auch Viper Beide Ne Corvette Los ich hab Klar Ne Kurve Ich hab ein Bullen in den Verkehr gedrängt Willst du jetzt auch verfolgen? Nö Er hat mich nicht berührt Er wollte ausweichen Und dann ist er in so ein Auto eingerastet Pass auf Der kommt jetzt gleich mit 8000 angefahren Drei Zwo Bulle vorne Jetzt ganz plötzlich Juckt er sich Interessiert er sich nicht mehr für mich Oh ja ich soll ein Abhauen rennen Die zieht aber auch Die Viper ne Ja wenn es gerade ist Oh 380 mit Nitro Nein Frontal in LKW eingerastet Einmal warst du weg Ja Ich wechsle mal wieder auf mein normales Auto Okay Das macht nämlich glaube ich mehr Sinn Wenn ich Damit die Dinger schaffe Hä Ich bin angeblich nicht auf der Straße Äh ich muss nochmal Ich bin angeblich nicht auf der Straße gefahren Obwohl Doch Gold hab ich trotzdem noch bekommen Wieder plus 17 Du musst auf jeden Fall Gold machen Dude Ich hab jetzt 700 Yay Ich warte mal hier Du bist 3 km weg Komm schon komm schon Ich will das jetzt nicht nochmal machen Ich bin ganz leicht Auf ne Kurve Ne ich glaube nicht Bin ganz leicht mit 2 Rehren Auf dem Schotter gefahren Zählte sofort nicht Richtig gay Sehr schön Mal sehen wie viel das gibt Du musst mal in deinem mobilen Tuner Du hast ja vorhin auch was bekommen Was du nicht einbauen konntest Ja Mobilen Tuner gibt es Ja Unter der mobilen Garage Und dann kannst du das Automatische Einstellungsdann auf A Ich hab keine Autoteile Zum Anstatten Weil wenn ich was mit diesem Rennwagen gemacht hab Da konnte ich die nur zerlegen Die Teile Achso Ja gut Wenn es zerlegt hast Dann Ja Egal Das wird jetzt schon wieder relativ fix gehen Dass das passt Das da mach ich aber trotzdem nicht Nicht Ziele kaputt fahren Oh scheiße Ich hab die Kurve nicht gekriegt Okay noch einen Ich glaube ich probier das jetzt Das gibt hier im Moment gerade alles voll viel Plus Ja Super Idee das mit dem Auto hier zu machen Der Gedanke kommt mir gerade auf Ganz spitze Ich glaube ich mach das nochmal mit dem Geländewagen Ja Aber ich glaube dann wird das aber auch in den Geländewagen eingebaut Hier piept ein Autoteil Komm ich dann danach hin Ja ich fahre auch noch das Rennen Mach einfach Bronze jetzt Komm 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 schon Mach nochmal Komm schon Wenigstens Bronze So viel habe ich noch gar nicht verpasst Das müsste eigentlich klappen Oh dude Nein Ein Moment ich bin noch nicht fertig Aber es wird so darauf hinauslaufen Dass einer fehlt Komm 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 Ne Einer wenn überhaupt Hast du eine Aufnahme gestoppt Ich starte sie jetzt gerade wieder Mach so Komm ich will einfach nur Bronze jetzt Was für ein Auto fährst du? Das ist der Martin Ja Ja Er war nicht Jetzt nicht unbedingt die Beste Wahl ich weiß So Die Gelände Mustang Boah dat Kurvenlage Boah dat Kurvenlage Alter Ich komme mit dem Auto nicht Doch Da Bronze Aber ganz knapp Ich will es Bronze schaffen Gibt es doch gar nicht Boah wie ich das erwischt hatte Ich verfehle so viele Wow da war ein Bullen Das war knapp кор Raven Bronze Leck mich am Arsch ey Komm ey Weg Und was Auto teilen eben noch gerne ach so scheiße da muss ich nur drehen ich war wieder zur stadt zurück weil ich so von einem auto aufgelenkt dass ich einfach gerade ausgefahren bin das war aber wieder der schalbe jetzt trotzdem irgendwie das coolere auto ja genau das an bordstein kann ich nicht drüber fahren ich bitte dich vorbei geschebert ich laufe hier in der seitengasse warte ich nochmal um die sehenswürdigkeit da ist er dass es erst geht wenn du da wirklich vorgefahren bist ne reicht auch ganz knapp in der nähe bin da nämlich nicht vorgefahren ja merkst du diese diese fünf punkte in deiner karre bist du auch nicht schneller ne ich auch nicht wirklich fuck ja ich bin noch mehr links der moment wo ich links vorbei fliege weiß der hämmer der drauf der assi ja klar ich habe nur gehört wie du nitro gegeben hast konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen oh da ist ein jump alter gibt richtig stoff die ist nur geradeaus ja nur wo der jump an sich ist nicht weiter weiter die für mich die flucht um das goldene er er hat sich direkt neben ihr er 그걸 gar hat denn war das gut das war was machst du ich sag nochmal neun punkte ach so echt bei mir gab es minus aber wenn du wenn ich jetzt im mobilen tuner guck ich hab aber überall schon goldteile da war zwischendurch ja vorher auch noch bronze und was an die ansaugsystem war ich noch gold ja das ist ja je nachdem wenn du was hast was höheres level hat kann das sein dass die bronze für besser ist ja gut stimmt aber kannst du auch geradeaus fahren eier aus deinem rum fahr einfach geradeaus vorwärm warum parkt der da macht er sofort nitro nach der kurve immer der boy die geschwindigkeitsverlust auszugleichen vor die karre eddie die fertig wie schloss neuschwanstein weg da ich hab da kurz angehalten da war hast du das nicht gesehen ich habe keinen unfall gebaut was das kaugummi warst auf der straße er hat meine ratiergummis rausgeflogen ja scheiße hätte ich auch verlaufen angehalten verlaufen 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 verloren ja ich mag gas hier hobel ja mir ist mein erstes mal dann auch immer zu langsam ey hier ist ein flugzeug links bums hangar von 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 die armee oder ein friedhof blieb doch komm wo ist er da da scheiße da war eine rampe alter wie geil das aussah doch im rückspiegel sehe ich nur noch wie du so am horizont lang fliegst schon gegen die sonne mega geil ultra ich hab voll ausgeholt und dann nicht getroffen da war da eine rampe mit 340 oder so gold bringt plus 19 ey ja bei mir auch ja das fehlt eh nix egal wie schnell wir weg sind wir kriegen immer nur bronze das war jetzt wieder hübscher moment ich muss entkommen musst du mich beschützen ja toll zieh mal vorbei ey warte warte mal hier kann man eine rampe fahren ne kann man nicht ja ja lass nochmal neu starten bitte ja mach mal das da ich schwöre das so aus wie eine rampe und es war eine wand oder was ne ich hab die rampe nicht erwischt und dann bin ich unter das flugzeug ich ja kenn ich schon ja ja die haben eingesehen dass es mehr sinn macht wenn du abhaust guck hier gibt es voll viele rampen ich hab eine getroffen kampfjets sind die auch häh achso das war schlau häh ja ich hab die ganze zeit nach innen guckt wo die bullen waren ne mich wundern war ich auf einmal stehen vom das war hart läuft heute richtig hier nehmt dir die abkürzung nein nein wir haben auf jeden fall ein heli das ist schonmal kacke du bist gerade bei mir her geflogen ich hab den propeller abgefahren vom Nein, 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 nein! Müssen wir nochmal. Ja. Wie können wir denn den Heli hier loswerden? Außer gar nicht. Der Heli... Außer gar nicht? Ja. Der Heli verpiss sich einfach irgendwann. Jetzt wieder ich. Ja, ich schwöre, da ist jetzt ne Rampe. Wie ist er? Hab ich auch gesagt, beim ersten Mal. Ja, die Bullen kriegen das nicht geschissen. Merke ich. Rampentrick. Und ich geh den jetzt hier noch so ein bisschen auf den Sack. Also geh mal Meter mal. Hier sind zu viele und der Heli ist gerade gekommen. Ist das schon los? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Verdammt. Wir wussten, dass die Combs den Start abriegeln. Aber nicht, dass sie so schnell reagiert. Das wird hart. Alter, hier ist einfach sowas von leere Pläne hier hinten. Ich komme mal zurück. Leere Pläne ist eigentlich voll scheiße. Wir brauchen eine Stadt oder so. Ja, hier zwischen den... Toll. Ich hämmer gerade auf den Bullen, zu der sich gedreht hat. Und bevor ich da bin, wird der weggeblieben. Ja, einfach weggeblitzt. Wie wird der Bulle gesettet? Ich könnte auch probieren, über eine Rampe in den Heli zu springen. Geht bestimmt. Wenn du das schaffst, ne? Das deckt gut. Das Auto schafft hier nicht mehr als 130. Ja. Das sind Kackbohnen. Und so ne Karre anbumsen von den Bullen bringt auch nichts. Ja. Bringt null. Der drückt mich übelst weg. Alles klar. Der ist schneller als 140 kann ich nicht fahren. Ich komme auf dich zu, gefahren. Ah! Ich bin mir jetzt Angst, Hase. Da ist der Bulle, da ist der Bulle, da ist der Bulle. Da ist doch kein Bulle mehr. Solange der Heli da ist, mache ich hier gar nichts. Genau, fahr mal so weiter. Müsste dann jetzt eigentlich gleich von der Seite hier kommen. Hey, cool. Ich habe nichts getroffen. Das, wenn du einen triffst, juckt das die Bullen nicht. Fuck, die nehme ich in die Zange. Ich hau dich raus, Bro. Wenn ich rankomme. Ne, bin weg. Die haben mich gedreht. Mach nochmal. Das ist richtig behindert hier. Normalerweise ist das eigentlich gar nicht so schwer. Das kann ich null mit dem Bullen hier. Verdammt. Sie verschwinde da. Toller Plan. Das habe ich beim ersten Mal gemacht. Ja, ich komme hier nicht weg. Ich habe ein Auto aufs Dach. Ich habe eine Idee, ich verpisse mich jetzt einfach voll. Wenn du jetzt gleich vielleicht gegrappt wirst, bin ich weg. Ich habe es nochmal geschafft. Ja, und lass dich packen. Ich bin 800 Meter weg. Auch wenn es gay ist. Das wäre ganz schön. Ich bin bis auf den Flieger, bin ich fast los. Bin ich alles los, außer den Heli. Okay, ich komme mal wieder. 1,5 Kilometer. Da sind 5 Bullen noch bei dir. Ja, die waren gerade weg. Scheiße, ich fahr in die Richtung, in die du wegfährst. Ich wollte mich verarschen, ihr Wichser. Tschüssi, Kowski. Ich weiß auch nicht, warum das Auto hier nur 140 fährt. Ja. Das ist doch ein scheiß Geländeauto. Ja, eigentlich schon. Du bist alleine da, ne? Ja. Das ist zwar mehr als behindert. Es sind aber die ätzendsten Rennen. Ja, eigentlich kann ich das ganz gut, wenn du mir ein, zwei abnimmst, passt das. Nur mit dem Heli irgendwie geht das hier, ne? Äh, gib Gas, die sind hinter dir. Ich gebe vor Gas. Oh, da ist eine Sperre. Ja, und der Heli ist wieder da. Aber der Heli haut gerade ab. Hier kommen aber irgendwie auch nicht. Ja, da mach nochmal. Ne, doch, da oben, das ist die Zeit. Ne. Also, ich probiere jetzt hier nochmal das Stück, sonst mach ich nochmal. Wir müssen auf jeden Fall zu den Straßen, da können wir schneller fahren. Ja, aber die auch. Na komm. Ein Millimeter. Jetzt, scheiß drauf. Kack rein. Fünf Sekunden. Das war Silber und überlege ich mal, wie lange wir gefahren sind. Da hat es mich jetzt erstaunt, dass es Silber war. Roxanne, die Cops sind weg. Gut, aber das war ein Rückschlag. Ab jetzt müssen wir vorsichtiger sein. Ja, okay, aber keine weiteren Hinterhalte versprochen. Meinst du, es war ein Hinterhalt von ihr? Sehst du der wie vor? Ähnlich. Ich glaube, die ist nicht tot, oder? Ich denke schon, aber diese Roxanne, die fährt uns mit Sicherheit nur in den Rücken. Das war's mit dieser Folge von The Coup. Freut mich, dass du dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschau. Tschau. Tschau.